Hallo zusammen, ich bin Remo, ich arbeite bei Schutz & Rettung Zürich in der Einsatzplanung für die Feuerwehr. Nebenbei bin ich Drohnenpilot. Genau jetzt geht's los, wir haben einen Einsatz für Drohnen. Kommt doch gleich mit, ich zeige euch, wie das funktioniert. Die Drohne ist einsatzbereit. Im Fahrzeug verstaut. Dass wir sie in kürzester Zeit in den Einsatz bringen. Gut, wir haben jetzt alle Checklisten abgeschafft. Wir haben einen klaren Auftrag vom Einsatzleiter. Jetzt bringen wir die Drohnen in die Luft und schauen, was wir für den Einsatzleiter sehen können. So, wie wir hier sehen, haben wir das Gebäude, wo man wissen möchte, ob es Personen auf dem Dach hat. Ich habe von hier schon einen guten Ausblick. Effektiv haben wir hier zwei Personen. Ich kann das auch mit dem Wärmebild noch verifizieren. Hier sehe ich Wärmequellen. Mein Auftrag ist erledigt. Ich habe Bilder liefern können. Ich werde mich jetzt daran machen, das System zu retablieren, den Akku wieder aufzuladen, dass wir bereit sind für den nächsten Einsatz. Was ist der Körlitz? Ich werde mich jetzt hierhin schon auf dem Weg mit dem Wärmebild zu haben. Ich werde mich jetzt auf dem Wärmebild.